Hallo und herzlich willkommen bei PokéVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon-Investment-Tipps. Heute mit keinem geringeren als the one and only Masterball33 an meiner Seite. Guten Abend. Herzlich willkommen. Bisschen komisch für die Leute, die bei mir auf dem Kanal zuschauen. Ein Video machen wir zusammen. Ich habe dem PokéVestments den Vortritt gelassen, aber von mir auch noch ein ganz herzliches Willkommen. Und zum heutigen Video haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Eine kleine Pokémon-Challenge mit bestimmten Randbedingungen und auch einer coolen Belohnung meiner Meinung nach. Aber dazu wird der Manuel, der wird noch ein bisschen was erzählen. Der ist ja so ein Erklär-Experte. Ich bin der Erklär-Bär. Ja, genau, richtig. Wir haben uns eine Investment-Challenge überlegt. und haben hier verschiedene Kategorien, die ihr hier auch sehen könnt. Überlegt zusammen, gebrainstormt, englisches Display, japanisches Display, deutsches Display, englische Einzelkarte, japanische Einzelkarte und, schaut da genau hin, Community-Pick. Was ist denn ein Community-Pick? Was haben wir uns denn da, also warum haben wir uns denn für ein Community-Pick entschieden? Jan. Ja, so grundsätzlich würde ich ja erstmal so das erklären. Wir haben uns nämlich was Cooles überlegt, eine Challenge, wo wir uns mal überlegen, wer trifft eigentlich so die besseren Entscheidungen, obwohl eigentlich sollte das ja klar sein, der Poké-Western-Step ist ja in der letzten Zeit nicht so positiv bei seinen Sachen aufgefallen. Wir haben uns überlegt, in den verschiedenen Kategorien, wer ja schon gerade gesagt hat, hier nennt jeder ein Produkt und wir gucken dann mal nach sechs Monaten, also heute ist der 11.7. und dann nach sechs Monaten, das müsste, Mathe auf jeden Fall schwierig, Januar müsste das sein, dann gucken wir, welches Produkt hat die bessere Rendite und dann wird der Punkt vergeben und wir haben uns dann so ein Punktesystem überlegt und wer am Ende dann die meisten Punkte hat, der gewinnt. Und um euch mit einzubeziehen, haben wir uns auch überlegt, so einen kleinen Community-Pick zu überlegen. Hier könnt ihr einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, irgendein Produkt und das mit den meisten Likes, das gewinnt, kann natürlich auch Spaß sein. Ihr könnt irgendwas reinschreiben, was ihr wollt, ob es jetzt ein Silver Tempest Display ist oder Lost Abyss Display oder auch irgendeine Einzelkarte ist, vollkommen egal. Liked das einfach und das mit den meisten Sachen oder mit den meisten Likes natürlich, das wird dann ausgewählt, schreiben wir dann hier rein in die Challenge und dann schauen wir mal nach sechs Monaten, wer gewonnen hat. Aber was passiert eigentlich dann mit dem Gewinner oder Verlierer? Ja, bevor ich das sage, ganz wichtig, es ist quasi Community des Goldbarrens gegen Community des, ja das weiß ich auch nicht, des gewerblichen Handels. Aufgestellten. Ja, stimmt, der Diversifikation. Und apropos Diversifikation, wir haben uns überlegt, tatsächlich der Verlierer, er muss dem Gewinner für die Community ein Geschenk bereiten in Form einer Mystery Box tatsächlich. Gesamtwert darf 20 Euro betragen, aber wie ihr wisst, ich bin ja sehr, sehr großzügig, anders als gewisse andere Personen in diesem Format. Entsprechend könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen drauflegen. Und das Tolle ist, das wird dann beim jeweiligen Verlierer veröffentlicht, gibt natürlich nur ein und ja, die Community, also ihr habt dann die Möglichkeit, die tollen Sachen, die da drin sind, ja, nicht nur leere Displays, Shoutouts Raffa, zu gewinnen. Das ist doch toll, oder? Meinst du, da packst du 21 Euro drauf, ha? Ne, lass ihn mir nicht lumpen, das sind dann die 22. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Sollen wir es so machen, dass der mit den meisten Likes dann der Gewinner wird, oder wollen wir das dann nochmal extra verlosen? Ah, ne, 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 ich würde einfach einen Randomizer benutzen, ansonsten gibt es da Leute, die kaufen sich die Likes auf die Kommentare und manipulieren da. Aber wir wollen das schon alles regulär hier und legitim machen, ja. Ja, okay, gut. Wollen wir mal rein starten, dass das Video nicht zu lange geht? Gerne, aber wie lange geht die Challenge überhaupt? Sechs Monate, ich habe es ja schon gerade erwähnt, das müsste dann im Januar, glaube ich, sein. Also der 11. Januar in etwa und welches Produkt die höhere Rendite erzielt, der kriegt dann den Punkt. Ich gehe ja klar davon aus, dass ich gewinne. Ich habe ja Ahnung breit aufgestellt, nicht nur in japanischen Seiten. Definitiv. Aber natürlich, all das, was wir erzählen, das ist ja mehr Spekulation als wirklich Wissen. Und ich glaube, so richtig tiefes Wissen hat keiner von uns beiden. Selbstverständlich. Hat man ja bereits so gesehen. Ja, dass wir mal mit so einem gewissen Spielgeld mal gucken, was so teurer wird, was vielleicht gar nicht mal teurer wird oder noch sinken könnte. Das ist wirklich mal interessant zu gucken. Verlieren tun wir ja alles nichts, also weder du noch ich, außer die Ehre. Doch, ja. Und ich würde sagen, wir können mal rein starten und zwar mit dem ersten Produkt, dem englischen Pick. Dir gebe ich dir da den Vortritt. Was hast du dich denn oder wofür hast du dich denn entschieden? Merci beaucoup. Ich habe mich für ein Display entschieden, was du wahrscheinlich schon sehr, sehr gut kennst, weil ich ja weiß, dass du da auch schon deine Finger reingehalten hast. Und zwar Silver Tempest als Display, ja, Boosterbox in Englisch. Und genau, wir machen das so, wir sehen hier Standort des Verkäufers, den deutschen Verkäufer, der den günstigsten Preis anbietet auf Card Market. Also diesen Preis nehmen wir als Referenzwert. In dem Fall bei Silver Tempest haben wir hier einen Verkäufer für 127,50 Euro. Das ist ein guter Preis. 127 Euro auf Englisch. Ja, 127,50 Euro. War es wohl die letzten Tage nicht so aktiv hier, ne? Silver Tempest Display, da stimmt doch irgendwas nicht. Nee, das ist korrekt. Das ist ein bisschen portugiesisch, oder? Nee, nee, nee. Echt? Schon Englisch. 127 Euro, ja, okay, krass. Es gibt hier zwei Angebote, aber die Range zwischen 127,50 Euro und 137,99 Euro ist, ja, schweigend gering. Genau, das habe ich mir ausgesucht und jetzt werde ich das Ganze hier schön reinkopieren, einfügen und ich mache das natürlich gleich auch nochmal ein bisschen schön hier und dann den Preis, was hatte ich gesagt, 127,50 Euro, ne? Ja, kannst du auch gerne aufrunden auf 140. Ja, so, Silver, das sieht doch schön aus. So, machen wir das noch ein bisschen kleiner. Gut, ja, das ist das erste Item, was ich mir hier ausgewählt habe. Welches hast du dir denn ausgewählt, lieber Jan? Ja, ich glaube, Silver Tempest, das war echt so ein No-Brainer, da erwarten ja viele, dass das in der nächsten Zeit steigt, ich ja genauso. Ich habe mich aber wirklich für was Interessantes entschieden, meiner Meinung nach, und zwar, ihr seht es ja schon vorher, ich habe es mal gerade aufgemacht, Kampfstile auf Englisch, das Display. War ich am Anfang gar nicht so der Freund von, aber ich finde einfach so diese Faktoren, das Alter des Displays, es gibt ja diese alternativen Artworks und der Preis für 145 Euro und 99 Cent, da runde ich sogar nochmal auf für dich, 146 Euro. Ist nicht schlecht, meiner Meinung nach, und ich hoffe wirklich, dass ich dich da besiegen kann, zeitlich gesehen. Ja, das würde ich dir wünschen. Ich weiß gerade nicht, wo du das deutsche Angebot siehst. Wir sind beim englischen Display. Ja, 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 ich sehe es hier, Amazing Gold Collector, I got it, okay. Ja, viel Glück, ich habe auch tatsächlich an Battle Styles gedacht, einfach weil nicht mehr viel da ist, und ich bin sehr spannend, ich finde es sehr, sehr spannend, das dann zu sehen, wie sich das so weiterverlaufen wird. Cool. Ja, gut, dann... Direkt zum nächsten Produkt, zum spannenden, ne, zum japanischen Display. Genau, zum spannenden japanischen Display. So, ähm, ich weiß, ich mache mir jetzt wahrscheinlich einige Feinde mit meinem Pick, das ist auch okay, denn ich habe mich... Nein, das ist das falsche Item, das kommt erst gleich dran, jetzt habt ihr es schon mal gesehen, der Jan weiß es immer noch nicht. Hier ist das japanische Display, welches ich mir ausgesucht habe, und Jan, es handelt sich um Eevee Heroes tatsächlich. Eevee Heroes auf japanisch, ein interessanter Pick, ne? Hättest du wahrscheinlich gerade nicht gedacht. Schon lange stagnierend, oder? Genau, und genau deswegen, also das ist meine Spekulation, dass jetzt gerade, wo sich auch so der Markt so ein bisschen erholt, zumindest gefühlt bei Schwert und Schild und Sonne und Mond Sets, dass, äh, ja, Eevee Heroes vielleicht dann nochmal ein bisschen in den nächsten sechs Monaten aufholen könnte. Muss nicht passieren, kann passieren. Entsprechend haben wir einen Preis von 369 Euro für dieses Display, das geht auf jeden Fall günstiger, kauft zu diesem Preis gerade nicht, es geht definitiv günstiger, ähm, genau, müsst ihr einfach mal im Auge behalten. Ich habe letzt, also, immer mal wieder reingeguckt, und da waren auch schon Preise von 325 Euro, aber, was habe ich gesagt, 369? War das richtig? Ja, oder 400, weiß ich gar nicht mehr. Ja, 369, ich will ja fair spielen, ich will ja fair gewinnen gegen dich, ne? Ja, ja, natürlich. Dass ich mal mein Allgemeinwissen unter Beweis stellen kann. Ja, das finde ich gut, das, äh, fordere ich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, was ist denn dein Pick? Ich mach's mal auf, und ich möchte jetzt nicht immer ein bisschen gegen deine Community mich einbringen, aber du bist ja bekannt als Mr. Goldbarren, und ich hab mich mal einfach dafür entschieden, den Goldbarren einzuwählen, oder den mal auszuwählen. Und ich finde, der Preis von Pikamon, dein guter Kollege, beschädigte Box, 66 Euro, perfect for opening, das müsste doch zählen, oder? Leider nicht. Danach kommt 74, 75 Euro kommt danach auf Platz Nummer 2. Ja, ja. Also, die 66 zählen nicht. Tatsächlich nicht mehr. Also, schade. Ja. Ja, wie es der Universe ist, ich hoffe echt, weil ich weiß, was aus deinen letzten Videos ist, ähm, müsste sich jetzt in der nächsten Zeit eigentlich gut entwickeln, davon geh ich aus. Weil die Nachfrage, die ist ja immer noch hoch. Angebot auf Cardmarket finde ich jetzt auch mal, ordentliches Stück nach unten gegangen, da waren wir ja wirklich lange bei 1000 plus. Jetzt sind wir bei unter 700 Stück, und ich hoffe mal, dass sich da in der nächsten Zeit was tut. Ich sehe auch schon, wenn sich die zwei Displays für 75 Euro verkaufen, da sind wir schon bei 80 Euro. Hab ich auch gesehen gerade, ja. Und dann 87 Euro, also, falls ihr Bock drauf habt, kauft gerne nochmal Vista Universe ein. Ich werde es auf jeden Fall jetzt machen in den nächsten Monaten, damit ich die Challenge gewinne, aber... Ich schreibe es nochmal auf Vista Universe. Äh, was war denn für ein Preis? Äh, 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 75 Euro. Mhm. Hat sich auch eigentlich schon wieder nach oben entwickelt, ne? Das war bei unter 70 Euro, ne? Das war bei 60 Euro eine lange Zeit. Bei 60 Euro, keiner wollte es, wirklich niemand. Niemand. Ja, der japanische Markt ist tot, da geht gar nichts mehr. Mhm. Und jetzt plötzlich kickt die FOMO. Ja, ja. Und wer hat es schon immer gesagt? Ich habe es schon immer gesagt. Äh, genau. Ähm, gut. Da bin ich, da bin ich mal gespannt. Ähm, also, da kann ich auch nur gewinnen, ne? Also, weil, wenn Vista Universe steigt, wenn du dich da schlägst, da freut es mich natürlich. Äh, deutsches Display. Ja, deutsches Display. Ihr habt es schon gesehen. Äh, der Kampfstil ist es nicht. Es ist Trommelwirbel. Verlorener Ursprung. Äh, auf Deutsch. Genau, richtig. Jetzt muss ich es nur auch auf Deutsch auswählen. Verlorener Ursprung auf Deutsch. Ja. Ja. Also, ich mache es auch mal nebenbei auf. Ja. Ja. Finde ich auch sehr gut. 165 Euro. Genau. Das ist natürlich schon angestiegen. und ich hatte auch ein anderes Display schon noch im Kopf gehabt, aber ich habe mich dann umentschieden einfach, weil, ja, doch verlorener Ursprung mir besser als das andere Display gefällt, wovon ich ausgehe, dass du es gleich willst. Deswegen sage ich es gerade mal noch nicht. Ähm, genau. 165 Euro. Fingen wir mal ein. Warum? Findest du es noch guter Preis? 165 Euro? Ja, ja, ja. Für das, was man letztendlich bekommt, definitiv. Englisch geht ja gerade für 200 weg hier aus Deutschland. Ja. Auch cooles Display. Wofür ich mich entschieden habe, auch aus der Schwert und Schild, ja, und ich glaube, du weißt das auch, weil du selber auch davon was besitzt. Ja, sag es. Ich war auch wirklich unkreativ, ne? Es ist strahlende Sterne. Ah, ja. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie man Sterne schreibt, ne? Also Sterne, Display, finde ich auch, ne? Der Unterschied ist einfach richtig krass, ne, zwischen Deutsch und Englisch. Hier auf Deutsch sind wir bei 145 Euro, ne? Der, der einzige, dann sind wir schon bei 155 Euro. Und auf Englisch, da muss ich schon runterscrollen, 208 Euro, also 60 Euro Differenz einfach zwischen Deutsch und Englisch und ich denke einfach, No-Brainer-Produkt hättest du auch genommen, ne? Hätten wir das Video vielleicht noch ein zweites Mal aufgenommen. Das ist richtig, ja. Strahlende Sterne, für mich No-Brainer. Ja, für mich auch. Bei 145 Euro, ne? Ja, definitiv. Ja, cool, gutes Produkt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich's entwickelt und auch da kann ich nur sagen, beides wird mich freuen. So, gut, dann, jetzt wird's... Einzelkarten, ne? Soll ich jetzt mal starten? Ja, komm, starte mal. Englische Einzelkarten. Da hab ich mir viele Gedanken gemacht, aber ich hab mich entschieden, Karmesinon-Purpo-Ära auszuwählen. Finde ich, hat richtig geile Artworks und man kann sich halt echt nicht entscheiden, was man da für eine Karte nimmt. Ich hab mich aber für eine ganz bestimmte entschieden und zwar aus dem Base-Set für eine Fleckmont-Karte. Ich mach sie mal ganz kurz auf, weil ich pinnte sie jetzt auf die Schnelle nicht, aber hier ist sie schon im Englischen richtig geiles Artwork. Und ich find's hat so einen besonderen, witzigen Touch und auch so ein bisschen künstlerisch angehaucht, meiner Meinung nach. Geht weg für einen Preis. Ich runde auf, extra für dich, dass du auch nochmal eine Chance hast. Ah ne, wir sind ja bei Englisch, ne? Du musst ja Deutsch sogar rausnehmen, den Filter. Scheiße. Das ist ein teuer, ne? Ist auf jeden Fall, äh, Near Mint Condition nehmen wir wahrscheinlich, ne? 14 Euro sind wir bei der Fleckmont-Karte. Tatsache. Aber wenn man mal guckt, ne, wie viele Karten es auf Englisch gibt, ob du es jetzt, hast du es gerade mal aufgemacht? Ich hab's aufgemacht, ja, ja, ja. Das sind wie viel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten, die es gibt, ne? Und ich glaub nicht, dass die 50-Euro-Karte PSA 9 aufgekauft wird, ne? Ja, stimmt. Wenn nicht, im Notfall kauf ich die 7 Karten auf und stell den dann für 500 rein und dann hab ich ja gewonnen, ne? Ja, definitiv. So in etwa, ne? Du, aber bei 20 Euro Mysterybox, die verlost wird, ich kann das verstehen. Meinst du, soll ich da mal reinpacken, dann trägt man extra noch für dich, ne? Ja, das wär schön. Also, richtig geile Karte, meiner Meinung nach. Auch underrated, ne, aktuell. Man merkt ja so, viele Karten gehen ja gerade nach oben, ne, aus der Kamesino-Purpo-Ära. Zurecht auch, meiner Meinung nach, aber die Karte, finde ich, ist noch aktuell ein bisschen unterbewertet. Aber von Einzelkarten hab ich halt nicht so viel Ahnung, muss ich ehrlicherweise gestehen. Deshalb einfach so ein random Pick, was ich mir für 14 Euro kaufen würde. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, äh, ähnlich. Natürlich, ich hab auch eher auf Kamesino-Purpo gesetzt. Fleckmon hab ich mir nicht ausgewählt als Einzelkarte, aber eine Karte, die du definitiv kennen wirst, und zwar die Despoter-Karte aus Entwicklungen in Paldea, beziehungsweise, weil wir ja hier im Englischen sind, Paldea Evolved. Ja, sehr, sehr schöne Karte, wie ich finde. Ich glaub, eine der Top-Karten auch aus dem Set, ne, ich weiß gar nicht so von der Wertvoll-Skala, auf welchem Platz ist die da, ich glaube, Platz 3 oder 2 müssen sie ja schon sein, ne, nach dem Carpador. Also, aber da geht noch was, ja, wenn man sich anguckt, wo die Evoli aus hier, äh, wie heißt es auf Deutsch, äh, Maskeraden im Zwielicht? Ja. Na, dann, äh, weiß ich nicht. Also, da sehe ich... Ja, Evoli ist aber noch mal ein bisschen ein beliebteres Pokémon, ne, muss man ehrlicherweise auch noch mal sagen. Ja, stimmt, aber so vom Artwork her alleine, ultra stark. Ja, äh, weiß nicht, 29,99 sehe ich hier, beziehungsweise habe ich hier... Bein da, acht. Ja, ich hab's auch aufgemacht, schreibt man 30 Euro auf, das passt, ne. Ja. Ja, ich mach's ja hier genau, ne. Richtig gelungene Karte, ne. Ist sie, ja. Äh, was soll man dazu sagen? Ich find's richtig nice Pose, ne, lässt so dieses Epische von dem Pokémon nochmal, äh, da sein, so dieses, ähm, nicht altertümliche, so, ähm, wie heißt das so, so aus der Dinosaurier-Zeit, so ein bisschen, ne, und dann noch mit den Vögeln, die da wegfliegen, ne, der Himmel. True. Gelungene Karte, aber 30 Euro ist schon ein ordentlicher Preis, ne. Muss ich mal, muss ich mal vielleicht ein paar von meinen Displays reinmachen, dass ich noch einen Tag vorher dann die nochmal reinstellen kann, ne. Wäre ne Wahr, ja. Ja, gut, bin ich mal gespannt, ne, was da passiert. Jetzt, aber kommen wir mal zu den japanischen Einzelkarten und hier überlasse ich dir mal wieder den Vortritt. Cool, cool, als hätte ich's geahnt, äh, ja, mach ich da doch auch gerne den ersten Schritt. Und zwar, japanisch, hab ich mich für, hier haben wir auch die richtige Karte, das, äh, Kapador aus Triple Beat entschieden. Aus dem einfachen Grund, also für 32 Euro geht das gerade momentan, ist es auch schon gestiegen in den letzten Wochen, ganz lange Zeit bei 20, 25 Euro gewesen, auch die PSA-Karten sind gestiegen, aber das ist ja egal. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil, kann ich ja auch mal ganz kurz, beziehungsweise habe ich ja hier offen, deswegen habe ich's auch oft gemacht. Äh, wenn wir uns mal gucken, angucken, wo die englische Karte liegt, das soll nur als Indikator dienen für eventuell, äh, ja, steigende Beliebtheit der Karte, die dann letztendlich in steigender Nachfrage und geringerem Angebot resultiert. Long story short, 150 Euro im Englischen und, ja, was hab ich gesagt, 31, ja, 32 Euro im Japanischen. Da geht noch was. Auch wenn natürlich Triple Beat ganz viel geprintet und ganz viele Karten und, äh, hier und da. Trotzdem, ich, ich seh da Potenzial. Wie siehst du das? Ich weiß, das Display, für wie viel geht das weg? 40 Euro oder? Ja, die E-Box. Fuffi, glaub ich. Ja. Ein Fuffi, ja, das. Ich glaube, ist eigentlich noch ein gutes Verhältnis, ne, zum, zum aktuellen Preis, ne, von Triple Beat für, für die Capadour-Karte, ne. Also, wie wahrscheinlich ist das denn, die Karte zu ziehen? Das ist wahrscheinlich irgendwie, ähm, 1 zu, zu 600 bis 800 oder so, ne. Ich finde es eigentlich allzu leid. Für 30 Euro, also, ich denke schon, das hat noch Potenzial, nach oben zu gehen, vor allem auch, wenn die englische Karte so krass nach oben geht, ne. Ja. Da ist auch einfach so die Diskrepanz so richtig krass, ne. Früher war es mal, oder, ja, nicht früher, sagen wir mal vor einem Jahr, ne, da war das zum Teil ja auch andersrum, dass manche Modern-Karten im Japanischen mehr sind als im Englischen, ne. Vor allem auch nicht die, unbedingt die großen Hits, auch wenn ich schon das Capadour da zuzählen würde. Aber ich denke auch, ist im Prinzip eine gute Wahl, ne. Ich will jetzt nicht sagen, ist richtig guter Pick und dann geht's nach unten und dann haten alle einen, ne. Aber ich denke auch, für 30 Euro macht man da wenig falsch. Ja. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ich bin... Oh, 32 Euro reingeschrieben. Okay. Ja. Kommen wir dann mal zu meinem Pick. Und ich habe mich auch eigentlich für einen richtigen Hype-Pick entschieden. Und zwar habe ich das Grey Ninja genommen. Jetzt müsste man nur mal gucken, wie man das schreibt. Aber, ähm... Grey Ninja, glaube ich. Mit Y, oder wie? Ne, nicht mit Y. Also ist Grey Ninja aus... Mit J. Äh, ne, findet er nicht. Ja, dann probiere ich es mal andersrum. Und zwar mit dem Quatsch-Jutsu. Ja. Quatsch. Quatsch. Und zwar aus Maskeraden im Zwielicht. Richtiges Hype-Produkt, auch im Englischen. Da geht ja vor allem auch im amerikanischen Markt die Karte so krass durch die Decke. Ich glaube auch hier, ähm... Ja, man sieht es auch hier, wenn man sich mal die englische Karte anguckt. Es gibt ein Angebot für 200 Euro. Und hier bei verkauften Artikeln kann man auch wirklich erahnen. 180 Euro, 170 Euro und nochmal 180 Euro wird dafür bezahlt. Also die Karte ist schon richtig nice. Ich finde auch, die hat echt Potenzial, so einer der Top-Hits aus der Ära zu werden. Auch wenn es nicht so dieses klassische Artwork ist, ne, weil es so explosiv und bunt ist. Und auch nicht das beliebteste oder allerbeliebteste Pokémon ist, wie zum Beispiel eine Evolution oder irgendein legendäres Pokémon wie Rayquaza oder so. Ja. Hat aber trotzdem richtig Potenzial, meiner Meinung nach. Gutes Pokémon, gutes Artwork, schwere Hitrate. Hat aus meiner Sicht auf jeden Fall fast alle Faktoren, um wertvoll zu werden, erfüllt. Und wir schauen uns mal an, wie teuer die Karte jetzt nochmal hier auf Japanisch ist. Und wir sehen, ein Artikel, 76 Euro, denke ich, macht man hoffentlich wenig falsch. Ich würde nicht so viel Geld für eine Einzelkarte ausgeben oder ich habe noch nicht so viel Geld für eine Einzelkarte ausgegeben. Aber wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht. Vielleicht werde ich auch noch der Einzelkarten-Investor, ne? Ich bin auch gespannt, wo die Reise hingeht mit der Karte. Sehr, sehr schönes Artwork. Ich kann mich dir da nur anschließen. Und ja, also ich finde es auch krass, dass die so teuer im Englischen ist. Und wenn man sich mal die Karte, die hier reingestellt ist, für 200 Euro anguckt, also das ist ja echt. Naja, ist ja auch nur das Angebot. Und ich wusste gar nicht, dass Greninia überhaupt so beliebt ist im Pokémon-Universum, aber da habe ich mich eines besseren. Ja, du, das ist auch eine der beliebtesten Starter-Pokemons gewesen, also Proxy. Und ich habe auch die Staffel geguckt, Pokémon auch eigentlich richtig geil. Und da war auch Quajutsu richtig im Vordergrund, ne? Kannst du dir gerne auch mal reinziehen. Ich glaube, es ist auch eine der besseren Pokémon-Staffeln. Auf Amazon, glaube ich, läuft das aktuell, ne? Und er hat schon auf jeden Fall Potenzial, das Pokémon, weil so ein Frosch-Ninja ist schon, glaube ich, was Nices, ne? Ja, es hat auf jeden Fall was. Das Artwork ist halt auch echt richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Akagi. Meinst du, soll ich dir eine Karte kaufen? Ja, das, also lassen wir es sein, ne? Mit der Giftbox kaufst du mir einfach die Karte, ne? Wir können noch den Preis noch mal ein bisschen anheben, ne? Also sagen wir mal so 76 Euro. Naja, 500 Euro Mystery Box. Und die Hits kriegen dann die Community, ja? So gut geht es uns beiden, glaube ich, finanziell noch nicht, ne? Aber... Leider nicht. Glaube. Bei dem angehender Pokémon, Multimillionär, aber... Ja. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, ne? Ja, mal gucken. Da bist du noch mal ein bisschen vor mir, ne? Mit deinen japanischen Produkten, die dann jetzt bald alle steigen werden. Das ist ein guter Punkt, ja. Ich habe in den Bitcoin investiert quasi in Form eines Pokémon oder von Pokémon Displays, als niemand daran geglaubt hat. Mark my words. Okay, cool. Ja, Spaß beiseite, ja. Gut, dann haben wir es, ne? Dann fehlt ja jetzt hier nur noch der Community Pick. Also, ganz wichtig, Leute, genau jetzt ist eure Zeit gekommen. Geht in die Kommentare, schreibt es in die Kommentare und, äh, genau. Wählt, ähm, ja, euer Community Pick. Das kann alles sein, ne? Von dieser Kategorie hier. Das muss kein Display sein, muss keine Einzelkarte sein, es kann auch ein Coin sein. Aber, ne? Was auch immer ihr wollt. Ja. So ein Coin wäre schon lustig. Das wäre schon wild. Ein Coin, ne? Warum nicht? Oder so Würfel. Ja, ja. Ja, gut, okay. Cool. Also, ich würde das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen wollen, ne? Ich würde sagen, zum Abschluss, ne, falls euch das Thema gefallen hat, ne, und ihr es noch nicht getan habt, ne, dann könnt ihr ja gerne mal beim Poké Westmans vorbeischauen. Und bei ihm mal ein bisschen den Like-Button durchdrücken, um dass er brennt. Vielleicht abonniert ihr auch mal auf dem Kanal, wenn euch seine Expertisen-Videos gefallen. Vielleicht abonniert ihr auch mal meinen Kanal, wenn ich nicht zu viel, äh, Quatsch erzähle. Oder ihr denkt, dass ich zu viel Quatsch erzähle. Aber ich würde sagen, von meiner Seite war's das. Möchtest du noch ein paar abschiedene Worte sagen? Ich wollte nur sagen, von dir kriege ich nie genug. Und, äh, in diesem Sinne, macht es gut, Leute. Na, ich kann mich da nur anschließen. Kuss geht raus. Und, äh, freue mich auf die Challenge. Und, äh, bis in einem halben Jahr, wenn es dann wieder heißt, äh, wir schauen uns die Challenge an. Ciao. Ja, ciao. Ich weiß nicht. Vielen Dank.